Die Stimme? Die drei jetzt sind, fängt der Ball an, gespielt das. Das sind ja die beiden, die sich nur heute auf der Presse von Kalifornien befinden, die auch gewissermaßen um die Positionen des Mittelstimmers zu erledigen. Thomas Müller hat das in Spanien vorliegen. Das war ein paar andere Lappen, damit das gut ist. All good.